Herzlich willkommen zu einer Einführung für deine Arbeit mit NuScore 2.0. Den Link zu NuScore findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video NuScore 2.0 erläutern und dir zeigen, wie du problemlos vor, während und nach einem Handballspiel alle erforderlichen Inhalte eintragen und dokumentieren kannst. Beachte bitte, dass dieses Video im Handballverband Niedersachsen-Bremen erstellt wurde und daher verbandsspezifische Abweichungen zu anderen Landesverbänden enthalten kann. NuScore 2.0 ist ein EDV-Werkzeug, mit dem du die Ereignisse eines Handballspiels sehr einfach und effizient protokollieren kannst. Berücksichtige hierbei bitte, dass NuScore ein Protokollwerkzeug ist und kein Überwachungssystem für die Einhaltung der Handballregeln. Für die korrekte Nutzung und Einhaltung der Handballregeln bist du als geschulter Sekretär verantwortlich. Die Grundlage des Regelwerks ist im Leitfaden für Zeitnehmer und Sekretäre und in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen hinterlegt. Die technischen Voraussetzungen für die Arbeit mit NuScore sind in deinem Verein bekannt, da NuScore bereits erfolgreich im Einsatz ist. Bitte erkundige dich im Vorfeld, wer dich in deinem Verein einweisen kann. Wir befinden uns jetzt vor einem Spiel und du startest mit deinen Vorbereitungen. Du öffnest NuScore mit dem bekannten Link. Dieser ist eventuell sogar schon auf dem Rechner, mit dem du arbeiten wirst, im Browser als Favorit hinterlegt. Um die Funktion von NuScore 2.0 ausprobieren zu können, wurde von der Systemfirma ein Testspiel bereitgestellt. Dieses Testspiel kann von jedem genutzt werden. Es wird nicht auf dem Server hochgeladen, sondern bleibt lokal verfügbar, bis der Spielbericht gelöscht wird. Auf diesem Weg kann das Spiel von dir immer wieder zum Üben zurückgesetzt werden. Der Spielcode für das Testspiel ist TEST. Dein Verein wird alle Spiele des Spieltages sicherlich im Vorfeld bereits einmal hochladen. Dann findest du auf dieser Ansicht auch das Spiel, welches du als Sekretär protokollieren wirst. Ich melde mich jetzt mit dem Spielcode für das Testspiel an und komme auf die Startseite des Testspiels. Hier auf der Übersichtsseite siehst du verschiedene Bereiche, die du bearbeiten kannst. Alle blau hinterlegten Buttons sind aktiv und können von dir angewählt werden. Die grauen Buttons sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aktiviert und können noch nicht angeklickt werden. Diese Darstellung entspricht auch der Darstellung des Navigationsmenüs, welches du oben links in der Ecke findest. Das Menü schiebt sich über die aktuelle Seite. Die Kreise um die Icons oberhalb der Buttons zeigen dir den Bearbeitungsstand der jeweiligen Bereiche an. Grau heißt, dass du den Bereich noch nicht bearbeitet hast. Ist der Kreis vollständig grün, hast du diesen Bereich vollständig bearbeitet. Sind die Kreise nur teilweise grün, dann hast du den Bereich nur teilweise und nicht vollständig bearbeitet. Hier siehst du bereits bei dem Button Herunterladen einen vollständigen grünen Kreis. Das bedeutet, dass dieses Spiel bereits erfolgreich vom Server auf diesen Rechner heruntergeladen wurde. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich dir schon einmal den Hinweis geben, dass wir im Handballverband Niedersachsen-Bremen den Bereich Zwischenbericht drucken nicht benötigen und daher werde ich diesen Bereich überspringen. Rechts oben auf der Seite siehst du die Spielinfos zu diesem Spiel. Und links neben der Spielinfo kannst du den Verbindungsstatus bzw. die Aktivität mit dem Server sehen. Ein Spiel kann aber auch offline von dir dokumentiert werden. Jetzt klickst du bitte den Button Mannschaftsaufstellungen an. Du kannst auf dieser Seite sowohl die Heim- als auch die Gastmannschaft bearbeiten. In dieser Testspielversion sind bereits Mannschaften hinterlegt. Im Spielbetrieb, bei dir im Verein, findest du jeweils die Mannschaft des Spiels, welche du bearbeiten kannst. Damit es für dich auch später im Spiel einfacher wird, kannst du dir jetzt schon die richtigen Trikotfarben einstellen. Du siehst hier drei Bereiche. Einmal den Bereich der Feldspieler, den Bereich der Torhüter und den Bereich der Offiziellen. Dies dient einer besseren Übersichtlichkeit. Die Spieler werden nach Trikotnummern sortiert und die Offiziellen nach Kennzeichen A, B, C und D. Die Daten der eingetragenen Personen sind jeweils in einer Karte dargestellt. Diese Karte kannst du bearbeiten. Hierbei musst du aber unterscheiden, ob du dich vor oder bereits in einem Spiel befindest. Vor dem Spiel kannst du alle Daten außer das Geburtsdatum und die Spielausweisnummer bearbeiten. Du kannst auch einen Spieler komplett aus der Aufstellung löschen. Während des Spiels kannst du nur noch die Trikotnummer ändern. Als ersten Schritt musst du jetzt die Aufstellung der beiden Mannschaften im System eingeben. Du hast hierfür in der technischen Besprechung vor dem Spiel von beiden Mannschaftsverantwortlichen eine Newscore-Spielerliste erhalten. Du gleichst jetzt die bereits eingetragenen Spieler der jeweiligen Mannschaften mit der Newscore-Spielerliste ab und entfernst Spieler, welche noch in Newscore stehen, aber nicht auf der dir zur Verfügung gestellten Spielerliste. Du klickst die Spielerkarte an und klickst unten links auf den Button Spieler entfernen. Wenn du einen Spieler auf der Spielerliste hast, der noch nicht im System eingetragen ist, dann kannst du eine leere Karte anklicken. Es öffnet sich ein Suchdialog. Hier gibst du den Namen des Spielers ein, den du noch eintragen möchtest. Je mehr Buchstaben du einträgst, desto mehr wird die Suche eingegrenzt. Die Suche berücksichtigt hierbei alle Personen, die eine Spielberechtigung für die entsprechende Altersklasse haben. Auch bei den Mannschaftsverantwortlichen erfolgt diese Suchfunktion. Du kannst alternativ in der Personensuche auch die Spielausweisnummer nutzen, wenn du diese vorliegen hast. Nach Anklicken der gesuchten Person wird die entsprechende Spielerkarte angezeigt und du musst jetzt nur noch die Trikotnummer einfügen. Wenn du jetzt die Karte speicherst, erscheint der Spieler in der Mannschaftsaufstellung. Wenn du einen Spieler bereits in der Mannschaftsaufstellung eingetragen hast, wird er nicht mehr in der Suche vorhanden sein. Wenn du einmal einen Spieler suchst, der nicht in der Vorschlagsliste angezeigt wird und auch noch nicht in der Mannschaftsaufstellung eingetragen ist, dann kannst du den Button Neue Person erstellen nutzen. Hierfür sollten dann die Daten für die Spielberechtigung wie die Spielausweisnummer und das Geburtsdatum des Spielers in Papier- oder PDF-Form vorhanden sein. Du klickst auf das Fenster Neue Person erstellen. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in das du jetzt alle Daten des Spielers eintragen kannst. Bitte vergiss nicht, die Trikotnummer anzugeben, da du sonst nicht über Speichern den Vorgang beenden kannst. Wenn du einmal eine Trikotnummer doppelt eingegeben hast, bekommst du einen Warnhinweis vom System. Wenn du einen Spieler doppelt in die Mannschaftsaufstellung eingetragen hast, bekommst du ebenfalls einen Warnhinweis. Nachdem du die Mannschaft bearbeitet hast, verfährst du genauso mit den Offiziellen. Hier kannst du auch Personen löschen und hinzufügen. Wichtig ist hier die Festlegung, welches Kennzeichen der Offizielle haben soll. Eine Doppelvergabe wird dir hier auch, wie bei den Spielern mit der Trikotnummer, angezeigt. Über die Vergabe der Kennzeichen wird auch festgelegt, wer als Mannschaftsverantwortlicher fungieren wird. Auch ein Spieler kann als Mannschaftsverantwortlicher festgelegt werden. Allerdings darf dies nur erfolgen, wenn kein weiterer Offizieller zur Verfügung steht. Während des Spiels ist es auch erlaubt, einen Offiziellen als Spieler umzutragen. Dies geht aber nur, wenn die Mannschaft noch nicht die maximale Mannschaftsstärke erreicht hat. Du kannst einfach die Karte des Offiziellen anklicken, du setzt den Haken bei Spieler und es klappt eine Erweiterung auf. Hier legst du dann fest, in welchem Bereich der Spieler aktiv sein soll und welche Trikotnummer vergeben werden soll. Wenn du den Vorgang jetzt abspeicherst, wurde ein Offizieller zum Spieler gemacht. Dieser Vorgang ist allerdings während des Spiels nicht mehr rückgängig zu machen. In der Mannschaftsaufstellung nimmt der Spieler diese Bezeichnung mit, damit die Protokollierung des Vorgangs gemäß Regelwerk gewährleistet ist. Wenn bei einem Erwachsenenspiel kein Offizieller zur Verfügung steht, der die Funktion des Mannschaftsverantwortlichen übernehmen kann, darfst du einem Spieler, Spielertrainer, diese Funktion zuweisen. Bitte beachte hier, dass du auf keinen Fall den Spieler dann noch einmal zusätzlich als Offiziellen einträgst. In diesem Fall auch der Hinweis für dich, den du bitte an die Beteiligten weitergibst. Der Spieler, der auf diese Weise als MV eingetragen wurde, kann das Spiel nicht mit seinem persönlichen NuScore-Passwort unterschreiben. In diesem Fall muss immer der für das Spiel generierte Spielpin zur Unterschrift genutzt werden. Ich möchte dir jetzt, bevor wir die Mannschaftsaufstellung abschließen, noch einen ergänzenden Hinweis geben. In der Mannschaftsaufstellung unseres Testspiels siehst du auch einen als gesperrt gekennzeichneten Spieler. Wenn du einmal in diese Situation kommst, möchte ich dir drei Möglichkeiten an die Hand geben, wie du mit dieser Situation am besten umgehst. Möglichkeit 1. Du schaust in der dir zur Verfügung gestellten Spielerliste nach, ob der Spieler dort aufgeführt ist. Ist der Spieler dort nicht eingetragen, löschst du bitte einfach den Spieler aus der Mannschaftsaufstellung und der Fall ist erledigt. Möglichkeit 2. Du schaust in der dir zur Verfügung gestellten Spielerliste und der Spieler steht dort ebenfalls aufgeführt. Wenn der Mannschaftsverantwortliche sagt, das sei ein Versehen, lass ihn den Spieler von der Liste streichen und entferne du bitte den Spieler in NuScore. Möglichkeit 3. Der Mannschaftsverantwortliche sagt, dass der Spieler spielen soll, da das System in NuScore einen Fehler aufzeigt. Dann lässt du den Spieler in der Mannschaftsaufstellung. Du als Sekretär und auch die Schiedsrichter sind nicht befugt zu entscheiden, ob ein Spieler spielberechtigt ist oder nicht. Diese Beurteilung kann nur die Spieltechnik treffen. Wenn du alle Eintragungen in beiden Mannschaftsaufstellungen fertig hast, kommt es zum Unterschreiben der Mannschaftsaufstellung durch einen Offiziellen der Mannschaft mit dem Spielpin oder deren persönlichen NuScore-Passwort. Bitte zu diesem Zeitpunkt den Offiziellen der Mannschaft die Aufstellung in NuScore zu überprüfen. Dann erfolgt die Unterschrift durch den Offiziellen mit dem persönlichen NuScore-Passwort oder dem Spielpin. In dieser Testspielversion dürfen die Mannschaftsverantwortlichen der Mannschaften bitte nicht verändert werden, da sie mit einem persönlichen Passwort verkoppelt sind. Die Testversion arbeitet nicht mit einem Spielpin. Die Passwörter für die MVs hier in der Testspielversion lauten für Mannschaft heim, test, kleingeschrieben, und für Mannschaft gast, heute. Wenn beide Mannschaften die Mannschaftsaufstellungen unterschrieben haben, dann ist die Mannschaftsaufstellung erfolgreich abgespeichert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du zurück ins Hauptmenü gehst. Jetzt siehst du, dass der Button Spielprotokoll nicht mehr grau, sondern blau hinterlegt ist. Auch in der Navigation ist jetzt das Spielprotokoll nicht mehr eingegraut, sondern weiß geschrieben und damit aktiviert. Du hast jetzt alle Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen und kannst das Spielprotokoll öffnen.